Hast du schon mal ein Kompliment von jemandem bekommen, den du nicht kanntest? Oder wann hast du zuletzt jemandem ein Kompliment gemacht, den du nicht kanntest? Einfach so? Warum wir viel öfter etwas sagen sollten, wenn wir es sehen? Darum geht es in dieser Folge. Aloha allerseits und herzlich willkommen zu deinem Podcast für heitere Gelassenheit. Mein Name ist Pia und ich freue mich, dich auf deinem Weg zu mehr Freude und Leichtigkeit im Sein begleiten zu dürfen. Ich verrate dir jetzt mal ein kleines Geheimnis. Wenn du mich kennst, dann ist es vielleicht gar nicht so ein großes Geheimnis. Aber vielleicht hast du schon in meinen Podcast hier mal reingehört und auch in den älteren Folgen mal reingehört. Und zwar den, in denen ich Freunde und ganz wundervolle Menschen interviewe. Und zwar zum Thema gemeinsam eigenartig. Und jeder von uns hat ja so seine Eigenarten. Und eine Eigenart von mir, die ich da noch nicht genannt habe, die möchte ich dir jetzt verraten. Ich habe fast schon einen Zwang, anderen Menschen zu sagen, was mir an ihnen gefällt. Das heißt, wenn ich über die Straße laufe mit offenen Augen und ich sehe eine Frau, deren Frisur ich ganz großartig finde oder deren Jacke ich ganz großartig finde, dann halte ich vermutlich an und sage, entschuldigen Sie bitte. Ich wollte Ihnen einfach nur sagen, diese Jacke sieht ganz großartig an Ihnen aus. Und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Das ist zwar ein bisschen awkward und ein bisschen weird und ich bin auch jedes Mal ganz doll aufgeregt, weil ich mir denke, oje, Miné, wie wird das wohl aufgenommen? Aber dieser Drang, das zu sagen, ist immer größer, als es nicht zu tun. Und wenn ich diese Chance mal verpasse, das heißt, mir ist was aufgefallen und ich habe nichts gesagt, dann verfolgt mich das echt noch ganz schön lange. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber jetzt weißt du es. Als ich in Amerika war jetzt im Dezember letztes Jahr, hatte ich meine gelben Sneakers dabei. Vielleicht hast du die auch schon mal irgendwo gesehen. Das sind so knallgelbe, sonnengelbe Nikes mit einem richtig schönen Blumenmuster obendrauf. Und ungelogen, ich wurde jeden Tag mindestens zweimal auf diese Schuhe angesprochen. In Deutschland gar nicht, aber in Amerika. Und jedes Mal, wenn mir jemand ein Kompliment für meine Schuhe gemacht hat, dann habe ich mich gefreut wie ein Schneekönig. Ich fand das richtig toll. Ich habe mir gedacht, ach Mensch, wie schön, die bringen nicht nur mir Freude, sondern auch anderen Menschen. Und davon habe ich den ganzen Tag noch gezehrt. Hier in Berlin gab es schon Situationen, da bin ich abends in einem Restaurant mit Freunden gewesen. Und da sind wir gegangen und sind aufgestanden. Und während wir gingen, sind wir an einem Tisch von jungen Mädels vorbeigelaufen. Die waren vielleicht alle zwischen 18 und Anfang 20. Und die waren bildhübsch. Die waren bildhübsch. Die hatten tolle Haare, alle Körperformen, alle Größen. Ja, aber einfach richtig schöne, strahlende junge Mädels. Und dann sage ich zu meiner Freundin, Moment, ich muss noch mal kurz zurück. Und dann bin ich zu dem Tisch und habe mal kurz auf den Tisch geklopft und habe gesagt, Mädels, auch wenn das jetzt komisch ist, ich möchte euch das gerne sagen. Ihr habt ganz, ganz wundervolle Ausstrahlung. Ihr seid wunderschön und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und die Mädels waren so ergriffen. Die fanden es so toll und haben vermutlich sich da auch noch ein bisschen länger drüber gefreut. Das war aber nicht meine Intention. Und jetzt komme ich schon zu der spannenden Geschichte. Warum mache ich das eigentlich? Warum verteile ich Komplimente? Und warum sollten wir das eigentlich alle viel öfter machen? Jedes Mal, wenn wir jemandem ein Kompliment machen, dann hat es zum einen Auswirkungen auf unser System und auf uns als Mensch, weil es uns ein gutes Gefühl gibt, dass wir jemand anderem ein gutes Gefühl geben. Das stellt sich automatisch ein. Dann gibt es der Person natürlich ein gutes Gefühl, weil sie ein etwas Positives, positives Feedback bekommen hat von jemand anderem. Und wenn das dann noch jemand ist, den sie vielleicht gar nicht kennt, dann bleibt das in Erinnerung. Und dieses Kompliment, dieses Gefühl, was dieses Kompliment auslöst, das wird diese Person, und du kennst es vielleicht selber, auch noch weiter begleiten. Und vermutlich hat auch das, nicht nur vermutlich, sondern ganz schön sicher, hat auch das wieder Auswirkungen auf die Menschen, die sich mit dieser Person umgeben. Vermutlich wird es dieser Person, die heute ein Kompliment von dir bekommen hat, leichter fallen, auch anderen Menschen an diesem Tag ein Kompliment zu machen und liebevoll mit ihrer Umgebung umzugehen. Und was für ein Geschenk ist denn das? Spread kindness as thick as peanut butter. Verteile Freundlichkeit so dick, wie du ein Erdnussbutterbrot schmieren würdest, falls du Erdnussbutter isst. Mach ich nicht so oft, aber wenn, ist ein Highlight. Und genauso ist das auf jeden Fall auch ein Highlight für die Menschen, die uns umgeben. Ich habe mal in der U-Bahn gesessen, hier in Berlin. Das möchte ich gerne noch mit dir teilen. Und hatte ein Roll-up dabei. Ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist wie so ein Plakat zum Hochziehen, zum Aufstellen. Ich war auf dem Weg zum Sportevent. Und das hätte aber auch ein Instrument sein können. Und so saß ich hier im Vierer mit diesem schwarzen, länglichen, eingepackten Ding und wurde von einem älteren Herrn, ich schätze ihn so zwischen 70 und 80, angesprochen. Und er sagte, ach Mensch, sind Sie Musikerin? Was ist denn das für ein tolles Instrument? Und daraufhin habe ich ihm dann gesagt, dass das kein Instrument ist. Aber wir kamen ins Gespräch. Und er hat mir erzählt, wo er herkommt, seine Geschichte, dass er selber Musiker war. Wie es war in dem Land, wo er herkam, mit Musik, mit Musikern, wie sich das Ganze entwickelt hat. Und es war so eine wundervolle Bahnfahrt und so eine tolle menschliche Verbindung. Und das trotz Maske im Gesicht. Wir uns angelächelt haben, über die Augen verbunden haben und miteinander gesprochen haben. Und diese wundervolle Geschichte und diese wundervolle Verbindung mit diesem Menschen hätte ich nicht erfahren, wenn er nicht den ersten Schritt gemacht hätte. Und deshalb möchte ich dich heute einladen, mit dieser Folge den ersten Schritt zu machen. Egal wie komisch dir das vorkommt. Wenn es dir komisch vorkommt, dann tu es erst recht. Vielleicht möchtest du dich einfach mal dazu bewegen und dich herausfordern, für eine Woche starte heute und versuch mal diese Woche eine Sie-Was-Sag-Was-Challenge zu starten. Dass du mindestens einmal am Tag jemanden, der nicht aus deiner direkten Familie oder dem Freundeskreis ist. Es können Arbeitskollegen sein, es können entfernte Bekannte sein. Es kann aber auch ein völlig fremder Mensch sein. Ja, es kann dein Friseur sein, deine Friseurin. Es kann eine Mitarbeiterin im Restaurant sein. Es kann die Kassiererin sein. Dass du mal einfach so jeden Tag einem Menschen, der nicht direkt mit dir verwandt ist oder deine beste Freundin oder dein bester Freund, dass du jeden Tag mal einem Menschen einfach so ein Kompliment machst. Ohne etwas davon dafür zurückzuerwarten, sondern einfach so. Weißt du, unser Leben auf dieser Erde, in diesem Körper ist begrenzt. Wir werden geboren und wir sterben. Und das letzte Hemd hat keine Taschen. Was das heißt? Wir leben von den Momenten, die wir erschaffen und die wir mit anderen teilen. Und wie du weißt, Glück ist das, was sich vermehrt, wenn man es teilt. Ich habe letztens einen ganz tollen Post gesehen, wo es darum ging, dass die Dinge, die wir eigentlich sagen, wenn wir am Grab von jemandem stehen, eigentlich die Dinge sind, die wir den Menschen zu ihrer Geburtstagsfeier sagen sollten. Wie sehr wir sie schätzen, was für Eigenschaften wir an ihnen schätzen, was für wundervolle Erlebnisse wir gemeinsam hatten. Und wenn du mich kennst, dann weißt du, jeden Tag können wir Geburtstag feiern. Jeden Tag können wir das Leben feiern. Jeden Tag können wir nicht Geburtstag feiern. Fühl dich eingeladen, mit dieser Folge ein bisschen mehr Freundlichkeit in die Welt zu senden. Trau dich, fordere dich heraus, sieh was, sag was. Und wenn du Lust hast, dann verlinke mich doch auch gerne auf Facebook oder auf Instagram. Pack dir natürlich meine Kontakte wieder in die Shownotes und lass mich wissen, was für spannende Dinge dir geschehen sind, was für Gespräche du vielleicht geführt hast, was für Reaktionen du bekommen hast und wie es dir dabei gegangen ist. Das möchte ich gerne wissen. Ich freue mich, von dir zu lesen. Bleib fröhlich, gesund und munter. Bis bald. Bleib fröhlich, gesund und munter.